Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Genia auf der Bridge. Ja, in der letzten Folge haben wir uns hier ein bisschen, äh, ja, ausgetobt. Oh, hier muss ich den Teil mal starten. Äh, ausgetobt meine ich. Wir haben ein brennendes Dorf gesehen und wir haben die Puzzles hier gelöst. Die Steine sind jetzt alle improvisiert, das war ja dann gut geklappt. Und wir gehen dann jetzt auch mal runter und ich befürchte ein Boss kaum. Och, es wird, es wird grauenhaft. Es wird verdammt grauen. Ich will nochmal mit ihr reden, bevor wir jetzt hingehen. Na gut, wir sind bescheid. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal runter. Aber, es kann, hässlich werden. Eindeutig ein Bosskampf. Klaa, ein magisches Kraftfeld. Na ja, auf geht's. Ja, jetzt geht's. Alter! Oh, man! Nix, alles gut. Alter! Das ist ein Verarschen. Nein, komm. Die müssen Energie sparen. Mann, ich treffe gar nix bei denen. 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 Was? Aber wenn wir hier runter gehen sind wir ja tot. Was? Ich hab's auch gesagt, immer stimmte da ja nicht. Hä, ich hab's aber nicht. Nein! Oh der kann schon ewig Hä? Was ist los? Ja Na gut, dann haben wir es ja, das ist ja super Ey, Alter, ist die Nie im Leben Die Räsel werden immer beschissen Nein Ach Gott, oh Gott, oh Gott Nöööööööö Das ist doch ein Witz, wir können auch in die Hura springen. Neh, auch schon wieder fett wer runter. Das gibt es hier auch. Alter, hier ist eben ein Park von. Ja. Ja. Ja gut, Freunde, ich beende da mal die Folge und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.